Ich grüße euch. Wir melden uns heute mal mit einem kleinen Video von außen. Wir haben gerade die Produktfotos fertig gemacht für die neuen Plattenträger, das heißt für die neue Farbe der Plattenträger. Jetzt wo ihr das Video seht, sind die Plattenträger schon bei uns im Shop. Das heißt, der Lightweight, der Universal Plate Carrier und der Value Plate Carrier sind in beiden Größen, das heißt M und XL, im vollen Umfang in Pancot erhältlich. Die dazugehörenden Zubehörtaschen kommen auch noch. Es dauert noch ein bisschen, aber da sind wir auch dran. Und ja, das wollten wir euch jetzt mal kurz vorstellen. Es ist wieder original Pancot-Druck. Es ist mit dem Lizenzgeber abgesprochen. Das heißt, ihr erhaltet wirklich einen guten Pancot-Druck in wirklich gutem Material. Also wir haben hier auch wieder Nylon verwendet, kein Polyester. Es sind, wie bei den anderen Plattenträgern, auch verstärkte Nähte. Es sind hochwertige Klettverschlüsse verarbeitet. Es sind keine namhaften Firmen. Also sprich, es ist kein Velcro-Klettverschluss, sondern es ist einfach nur ein guter Velcro für Urschluss. Und zum Beispiel beim Rucksack, den gibt es ja jetzt auch in Pancot, die Reißverschlüsse sind wirklich gut. Es sind halt keine YKK. Dadurch können wir den Preis im durchaus attraktiven Rahmen halten und euch trotzdem einen wirklich guten Plattenträger, beziehungsweise mehrere gute Plattenträger, je nachdem, was euer Einsatzspektrum ist, an die Hand geben. Die Details der Plattenträger, ihr kennt es ja, sie kommen mit den Magazintaschen. Der Velcro kommt ja noch mit den einzelnen Magazintaschen und den Mehrzwecktaschen. Wie gesagt, die wird es dann später auch einzeln geben, auch in Pancot. Aber jetzt sind eben die Plattenträger gerade released und zu den Taschen kommen wir dann später. Ich hoffe, das war für euch interessant und wir sehen uns das nächste Mal. Bleibt safe, habt Spaß im Hobby, man sieht sich.